Meine Damen und Herren, Angleis 2. Ihr Zug fährt in Kürze ab. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Wo ist denn ich? Was? Ich weiß, was ich programmiert hat. Bekutzei-Kurzei ein. Das ist halt die Stelle ja durch, gell? Ja, ja. Ja, ja. Aber fahren wir. Das ist eine Probeller. Ja, das ist einfach. Ist denn, wir können, wir haben mit Kommandos nach dem Fahrer. Das ist einfach, das fahren wir. Ja, okay. Die fahren auch in Italien? Nein, wir nicht. Also Osttirol, Lienz, die fahren über Italien. Die fahren durch das ganze Reste und durch den Bus total. Die fahren, ja. Mit einem Loch. Mit einem Loch? Geht, ja. Das Schmerz ist dem Loch. Braucht nur umschalten und wollen wir falsch weiter fahren. Das ist auch schon, oder? Ja. Das ist auch schon, oder? Wie sollen die Züge unterbrennen? Einmal fahren mit der Unterbremse. Gut, ich will ja auch. Mit einem neuen Loch, weil ich eben viel E-Bremse, elektrisch. So viel Luft, ja. Auch wenn der Strom ist, ist eine sehr gute Bremse. Einmal 700 Tonnen. Von 700 Tonnen geht nur mit elektrischer Bremse. Die sind schwerer aus. Ja, ja. Aber wie ich sage, bis 700 Tonnen braucht man keine Luft, ohne Luft. Nur mit Strom. Und dann, der Strom geht wieder zurück in die Fahrräder. Die haben jetzt funktioniert, ich wayejar mal. sehen Sie Basketball die Basically. Das ist zwar nicht mehr ab, oder? So hier in die DrTop von Japanese. Ding, da muss ich nur mit Mama machen, wie ich schreibe san. Sollte WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR